Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 69. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch wie immer wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Wir hatten ja wahnsinnig warme Tage jetzt in letzter Zeit und dementsprechend bin ich mir sicher, dass ihr das auch nutzen konntet, sofern ihr die Zeit dafür gefunden habt. Ich persönlich habe es ja so ein bisschen zumindest geschafft. Ich konnte mal wieder einen tollen Ausflug machen, letzten Sonntag tatsächlich. Mit jemandem aus der Community, der diese Worte gerade zu 100% hören wird. Und zwar haben wir da eine wirklich, wirklich nette Tour im Karwendel gemacht. Ich bin zwar kein Fan vom Karwendel, aber ich habe mich auf eine lustige Idee eingelassen, nämlich mal was zu tun, wovon ich ganz hochoffiziell keine Ahnung habe. Und deswegen auch darüber nur sehr, sehr selten spreche oder überhaupt irgendwie spreche. Nämlich das Fahrradfahren. Und Karwendel ist ja sowas, da kann man ja wirklich gut mit dem Fahrrad sich den Zustieg ersparen. Und da habe ich mir in wahnsinnig amateurhafter Manier mein Rad geschnappt, was mit einem Mountainbike genau gar nichts zu tun hat. Und musste das erstmal wieder so auf Vordermann bringen, weil ich da gefühlt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr drauf gesessen bin. Und wir sind dann tatsächlich den Zustieg mit dem Fahrrad gefahren. Und ich muss sagen, ich muss jetzt so sagen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich einen größeren Zustieg, vor allen Dingen mit mehr Höhenmetern, mit dem Fahrrad absolviere. Ich bin nicht ganz abgeneigt demgegenüber. Also das Runterrollen ist natürlich absolut genial, aber selbst das Hochfahren ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man merkt zwar, dass mein Fahrrad dafür nicht geeignet ist, also auch am niedrigsten Gang. Man tritt halt gegen einen Widerstand, dem man irgendwann nicht mehr gewachsen ist ab einer gewissen Steigung, was mit dem Mountainbike doch massiv besser funktioniert. Aber unterm Strich muss ich sagen, es ist eine nette Abwechslung zum Gehen. Finde ich schon cool. Ich weiß, jetzt rede ich hier, als hätte ich gerade irgendwie was ganz was Neues, was ganz was Frisches entdeckt. Viele von euch werden das sicher kennen mit Bike and Hike. Aber ich bin eher so der Langstricken-Geher. Ich habe kein Problem, damit 30 Kilometer zu gehen, wenn ich dafür nicht 5 Kilometer mit dem Fahrrad fahren muss. Aber man muss ja immer wieder mal Sachen machen, die man nicht kann. Ich finde das immer ganz wichtig, wenn man sozusagen der Affe im Team ist, der letzte Depp. Das zeigt nämlich immer ganz gut auch, wie andere Leute damit so umgehen, wenn man eben der Depp im Team ist. Und das finde ich immer ganz spannend. Und der Mensch aus der Community, ein ganz, ganz großartiger Mensch, der fand das auch sehr unterhaltsam. Da war ich mir dann im Nachhinein auch sehr sicher diesbezüglich. Denn der kann das dann doch ein Stück besser als ich. Zumindest den Teil mit dem Fahrrad. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet auch das letzte Wochenende oder dieses Wochenende die Möglichkeit, eure Pläne zu verwirklichen. Heute sprechen wir über Menschen, die es wohl nicht geschafft haben, ihre Pläne zu verwirklichen. Es ist jetzt mittlerweile etwas mehr als eine Woche Gras drüber gewachsen. Eigentlich hätte ich letzte Woche ja schon im Podcast drüber sprechen können. Der, vielen Dank dafür, dass man mich darauf nochmal aufmerksam gemacht hat, am Montag rausgekommen ist. Aber ich wollte da ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Ich wollte nicht so ganz auf den Zug aufspringen, jetzt hier irgendwie diese ganzen tausend Medienberichterstattungen von allen seriösen und unseriösen Zeitungen mitzunehmen. Auf diesen Zug wollte ich nicht aufspringen. Deswegen dachte ich mir, schauen wir uns das Ganze von etwas mehr zeitlicher Distanz an. Wir müssen also über die Gruppe sprechen. Über die Gruppe, die sich am 8. Juni von einem Berg aus hat retten lassen müssen. Und zwar im kleinen Walsertal. Für alle Leute, die das vielleicht jetzt nicht mitbekommen haben. Und ich glaube, das waren nur sehr wenige, denn es hat sich ja tatsächlich in allen Medien breitgetreten. 99 Schülerinnen und Schüler und 8 Lehrer mussten im kleinen Walsertal in Vorarlberg, einem Bundesland in Österreich, aus der Bergnot gerettet werden. Gut, so gut, so unspektakulär eigentlich, könnte man meinen, wenn man die Zahl 99 überhören würde. 99 Schüler oder beziehungsweise insgesamt 107 Personen, das muss man erstmal schlucken. Vor allem die Bergrettung, die ja eigentlich sehr viel gewohnt ist, selbst die war doch recht überrascht, als es dann um die Anzahl von über 100 Menschen ging, die jetzt gerettet werden sollten. Einige davon auf dem Weg mit dem Helikopter, also über den Luftweg. Andere sind dann sozusagen mit der Bergrettung am Abstiegsweg begleitet worden. Wie kam es zu dieser absurden Situation? Na gut, sie wollten auf eine Wanderroute, blöde Frage. Und diese Wanderroute führte sie dann auf den sogenannten Heuberggrat. Der Heuberggrat. Und der Heuberggrat, der ist nicht ganz, naja, ich sag mal trivial. Vor allen Dingen für Menschen, die vielleicht nicht so erfahren sind im Wandern oder vielleicht gar nicht erfahren sind, vielleicht gar keine Ahnung haben. Außerdem sollte man vielleicht auch dementsprechend ausgerüstet sein, wenn man eine Wanderung dieser Art unternehmen möchte. Es gibt dazu ein paar einzelne Informationen im Internet, wie der Heuberggrat so aussieht und wie die Verhältnisse dort so sind. Es gibt ein paar Erfahrungsberichte, es gibt ein paar Tourenberichte, aber alles in allem eine eher, ich sag jetzt mal, unbekanntere Tour. Vielleicht ist unbekannt nicht gerade das richtige Wort, aber zumindest eine der nicht so populären Touren. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Diskrepanz, die jetzt so vor dem ersten Moment aufkommt, wie kommen eigentlich 107 Personen und vor allen Dingen, das sind ja dann drei Schulklassen und acht Lehrer auf diese witzige Idee, dass man eine Tour macht, die so unbekannt ist oder die einfach so eine Art Local-Tipp, Geheimtipp ist. Wie kann das eigentlich sein? Ja, da muss man jetzt das Internet mit einbeziehen in diese Geschichte. Denn man muss nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wenn man sich fragen will, wie kommt es zu solchen Situationen, dann findet man die Antwort auf diese Frage ja meistens in der Tourenplanung. Und die Tourenplanung, und ich predige es ja im Prinzip, immer und immer und immer wieder gebetsmühlenartig, Leute, schaut euch die Tourenplanung genau an. Ihr alles steht und fällt mit der Tourenplanung. Aber, naja, so ist es eben. In der Tourenplanung haben sich die Lehrer gedacht, oder ein Lehrer gedacht, er sucht im Internet einfach nach einer netten Wanderung im kleinen Walsertal, denn da waren sie eben zu Besuch. In Wirklichkeit sind sie dann eben auf eine doch etwas anspruchsvollere Bergtour gekommen. Und er, der das im Internet rausgesucht hat, der Lehrer, der hat das aber irgendwie missverstanden. Der hat das falsch interpretiert. Der hat da zwar so eine Tour gefunden und die wurde recht angenehm beschrieben. Und da kam dann das berühmte, und mittlerweile ist es ja wirklich ein Meme, der Andi84 ins Spiel. Der Andi84 ist ein Nutzer auf der Plattform Hiker.org. Das ist eine der größten Plattformen, wenn es um subjektive Tourenberichte geht. Da gibt es alle Berge, die es einfach so in den Alpen gibt. Und dazu kann jeder einfach alles ungefragt dokumentieren und reinschreiben. Es gibt da im Prinzip keine Formvorschriften. Es gibt überhaupt keine Vorschriften. Man kann einfach dazu alles reinschreiben, was man will. Manche Leute posten nur Bilder, ohne irgendeinen Kontext, ohne irgendeinen Text, ohne irgendeine Beschreibung. Andere Leute geben sich da sehr viel Mühe, geben die Bedingungen zu Tag XY aus, sagen, wie ist es, wenn es nass ist, wie ist es, wenn es trocken ist, von welchen Stellen war es doch etwas schwieriger und so weiter. Aber im Prinzip kann man sagen, Hiker.org ist sozusagen die menschgewordene Chaos-Theorie. Nein, falsch, die Website-gewordene Chaos-Theorie. Und eigentlich bewährt sie sich für erfahrene Bergsteiger ganz gut, denn hier kann man vor allen Dingen sehr viel finden. Es ist quasi eine Plattform, die auch, nicht nur, aber auch auf Masse setzt und darunter kann man sich dann eben mit einem geschulten Auge die Qualität rauspicken. So würde ich persönlich, sehr subjektiv natürlich jetzt, diese Plattform beschreiben. Aber das Ganze geht vielleicht etwas zu kurz. Der Andi84 ist einer dieser vielen tausenden Nutzer, die regelmäßig Beiträge zu kleinen und großen, bekannten und unbekannten Touren posten. Vor allen Dingen, die etwas unbekannten Touren schaffen wir es immer wieder mal bei Heiker.org zur Aufmerksamkeit. Hätte das dieser Lehrer gewusst, dann wäre das vielleicht schon ein erstes Warnsignal gewesen. Heiker.org ist vor allen Dingen eine Plattform für die, ja, alternativen Routen, für die Routen, die nicht fünf Millionenfach im Internet schon auf großen Portalen wie, keine Ahnung, Outdoor Active, Bergfax, whatever, beschrieben werden. Denn Heiker.org beschäftigt sich eben wirklich sehr stark mit den Alternativen, mit den kleineren Touren, mit den Geheimtipps, wenn man es so sagen möchte. Aber nicht mit den Geheimtipps, den man wirklich verschweigen möchte, sondern einfach auch teilen will. Und dadurch hat sich da auch so eine Community aus recht spezialisierten Personen gebildet. Die Leute, die auf Heiker.org unterwegs sind, die, und ich bin selber jetzt kein aktiver Nutzer im Sinne von, ich schreibe dort nichts, aber ich lese sehr viel dort. und da sind sehr viele Leute dabei, die schon lange im Bergsport unterwegs sind. Die große Herausforderungen für den einen doch eher als kleine, ja als kleines Hindernis für sich selbst beschreiben. Und das ist manchmal eine, ja vielleicht etwas starke Untertreibung, um sich auch irgendwie zu profilieren, um auch so ein bisschen das eigene Ego zu pushen, nach dem Motto, boah schaut mal wie hart ich bin, ich nehme hier die schwersten Herausforderungen auf mich und für mich ist das alles ein Klacks. Aber solche Leute sind auch auf Heiker.org meistens eher belächelt. Oftmals ist es tatsächlich so, dass diese Leute einen großen Erfahrungsschatz haben und deshalb ihre kleineren Touren oder generell diese kleineren Touren auch etwas entspannter einschätzen und gar nicht mal so wild finden. Ja, Andy84 hat den Heuberg gerade als relativ einfach und ohne größere Schwierigkeiten beschrieben. Er schreibt, dass man manchmal auch die Hände aus der Hosentasche tun sollte. Das alles ist eine valide Beschreibung für ihn. Da bin ich mir zu 100% sicher. Wahrscheinlich ist der Andy84 einfach schon ein sehr erfahrener Bergsteiger. Der Lehrer aus Ludwigshafen, oder war das Ludwigshafen? Ich bin mir relativ sicher, dass es Ludwigshafen war. Der Lehrer, der hier dann diese Recherche betrieben hat, um eine Wanderung für seine Schulklassen oder für die Schulklassen der Schule zu finden, der hat diesen Kontext oder diese Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen. Er hat sich gedacht, naja, das hört sich leicht an. Das sollte man vielleicht machen. Der Heuberggrat braucht Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Erfahrung im alpinen Gelände. Übrigens Informationen, die auch der Andy84 nicht vorher enthält. Er sagt nur, dass es sich einfach subjektiv etwas einfacher anfühlt beziehungsweise eine recht entspannte, wie er sagt, Feierabend-Tour ist. Aber hier kommen wir gleich zu zwei wichtigen Punkten. Erstmal, Tourenberichte sind subjektive Punkte. Es gibt Blogs und darüber habe ich mich auch vor kurzem schon mit einigen auf dem Discord-Server der Alpen Academy unterhalten. Es gibt Blogs, die verharmlosen viele Touren sehr stark. Und das ist nicht immer beabsichtigt oder das weiß man halt nicht, ob das beabsichtigt ist oder einfach nur unabsichtlich ist. Aber grundsätzlich lässt sich damit sehr leicht feststellen, das sind subjektive Erfahrungsberichte. Das sind Tourenberichte, die man, ja, ich sage jetzt mal, im Englischen würde man sagen, with a grain of salt nehmen sollte. Ein bisschen vorsichtig auffassen sollte und nicht alles, was da drin steht, als definitiv wahr und objektiv betrachten. Auf keinen Fall sollte man das tun. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ja, mit einer Quelle lässt sich es halt auch schwer jonglieren. Also mit einem Ball lässt sich es ja auch sehr schwer jonglieren. Und deswegen ist ein Tourenbericht vielleicht etwas wenig, um eine Tour als passend für einen Ausflug zu erachten. Und jetzt kommt aber eigentlich noch ein dritter Faktor hinzu. Und der betrifft weder diesen einen Tourenbericht oder generell Tourenberichte per se. Wir müssen uns auch fragen, was ist denn eigentlich der Gedankengang, wenn man sich überlegt, dass man mit 100 Personen, 100 Personen einen Ausflug machen möchte. 100 Personen zu managen ist schon mal schwierig, ist schon mal sauschwierig. Ich finde, 10 Personen zu managen ist schon eine massive Herausforderung. Aber bei 100, da wird es richtig hart. Und jetzt müssen wir uns aber fragen, was könnte man denn mit 100 Personen machen, damit die alle so ein bisschen Beschäftigung haben und damit irgendwas passiert und damit man sie aber auch irgendwie noch unter Kontrolle hat. Wir reden ja hier nicht von 100 Klosterschwestern, die alle in einer Reihe gehen können, sondern wir reden ja hier von 100 Teenagern. Wir reden ja von 99 Personen zwischen 12 und 14 Jahren. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass, also wenn ich mit 12 bis 14 Jahren einfach auf einen ausgesetzten Grad gestellt worden wäre, mit 99 anderen Schülern, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auf die ein oder andere dumme Idee gekommen wäre. Und 98 andere wahrscheinlich auch. Das waren 12 bis 14-Jährige. Also in der Masse werden natürlich solche Menschen, also Jugendliche, auch nochmal viel, viel schwieriger, als wenn das 99 Erwachsene wären. Insofern, ja, ist schwierig. Und jetzt kommen wir aber zu dieser Kombination aus den beiden. Die Lehrer, die sich da übereinstimmend gesagt haben, hey, wir machen diese eine Tour mit 99 Schülern, sondern die haben immer noch nicht, selbst an dem Punkt, an dem es losging, vor Ort, überrissen, dass das einfach eine schwer, ja, wie formuliere ich das jetzt, eine schlechte Idee sein könnte. Denn diese 99 Schüler waren nicht darauf vorbereitet. Selbst die Lehrer waren laut einzelnen Berichten nicht darauf vorbereitet. Die Ausrüstung war teilweise komplett fehlend, also großteils komplett fehlend. Die Leute hatten teilweise nichts zu trinken dabei, weil teilweise hatten sie keine Notfallausrüstung, keine Sicherheitsausrüstung, kein passendes Schuhwerk, nichts, keine Bekleidung, sie hatten nichts dabei. Die kleine Zeitung hat das eigentlich sehr gut zusammengefasst. Die Lehrerschaft, also jetzt kommt hier ein Zitat, die Lehrerschaft hatte aus dem Internet eine Wanderroute ausgewählt, die weder der Bekleidung und dem Schuhwerk der Jugendgruppe noch ihrer Bergerfahrung entsprach, teilte die Polizei vor Arlberg in der Nacht auf Mittwoch mit. Zitat Ende. Die Bedingungen waren vor Ort schwierig, das muss man ja hier auch zugeben. Es war nass, es war rutschig und der Heuberggrat ist ein Wiesengrat. Das ist natürlich eine Scheißkombination, denn nasses Gras, steile Hänge, das ist einfach, ja, das ist einfach so dermaßen, eine so dermaßen prädestinierte Situation für Probleme, für Unfälle, dass man eigentlich schon sich fragen sollte, warum man dann überhaupt losgegangen ist. Der Grat ist ja nicht erst nach der Hälfte nass, der war ja einfach nass. Und vielleicht hat sich diese Gruppe von Lehrern, und ich finde darüber sollte man schon nachdenken, auch davon so ein bisschen beeindrucken und leiten lassen, dass natürlich das allgemeine Bild dieser Tour eigentlich relativ harmlos war, vor allen Dingen sehr bekannt war. Es war Gras, Wald, Wiese, Hügel. Es war nicht hoch auf der Karte 1600. Naja, das ist ja auch jetzt keine Höhe und so weiter. Das sollten die Schüler schon schaffen. Es ist nicht weit vom Tal entfernt und so weiter. Das sind alles Faktoren, die man als Laie vielleicht als verharmlosend bezeichnen könnte oder als verharmlosend einstufen könnte. Und somit zu dem Entschluss kommt, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass so viel mehr auf einer Tour eine Rolle spielt, als nur die Höhe oder als nur die reine Tourenbeschreibung für sich allein oder die Optik einer Tour. Und ich möchte das aber jetzt nicht nutzen, auch wenn wir jetzt schon wieder 17 Minuten dabei sind. Ich möchte das jetzt hier nicht nutzen, um die Lehrer irgendwie schlecht zu reden. Ich finde, die Lehrer haben ganz ehrlich in der letzten Woche mehr als genug Kritik geerntet. Das darf man hier auch mal so stehen lassen. Diese Lehrer sind im Arsch. Also so dermaßen im Arsch. Ich glaube, da ist es nicht notwendig, nochmal nachzutreten. Auch nicht an dieser Stelle. Ich finde auch die Kommentare vom Alpenverein und Co. man hätte das nicht tun müssen. Also jeder wusste, dass die Lehrer hier die Hauptverantwortung tragen. Jeder wusste übrigens auch, dass nicht heiker.org die Verantwortung trägt. Und jeder wusste, dass auch nicht an die 84, wie es teilweise zur Debatte stand, die Verantwortung trägt. Das ist sowieso das Absurdeste, dass das eine Debatte war, dass Leute im Internet die Verantwortung für Entscheidungen von erwachsenen Menschen irgendwo anders auf der Welt haben. Das ist ja vollkommen irre. Insofern, die Verantwortung liegt bei den Lehrern. Wir wissen es alle, ob das rechtliche Konsequenzen hat oder nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt. Das wird man noch sehen. Aber ich möchte an dieser Stelle auch einen kleinen Einschub einfügen und sagen, wir müssen hier nicht mehr drauf treten. Alle wissen, dass die einfach Scheiße gebaut haben, aber so dermaßen hart und so dermaßen fahrlässig. Wir müssen nicht 16.000 Experten auch als Medien jetzt befragen. Nun, was halten sie davon? Haben sie dazu noch einen Kommentar zu sagen? Und so weiter. Wir sollten vielleicht die Lehre jetzt in dieser Stelle in Ruhe lassen, weil das haben wir jetzt alle zehnmal durchgekaut, dass die sozusagen die letzten Deppen waren. Wir sollten uns eher auf das allgemeine Problem dahinter konzentrieren. Fehlende Tourenvorbereitung führt zu Problemen. Das ist ja ein Titel, den kann man da drüber schreiben. Der Titel bei allen Zeitungen war im Prinzip, zum Beispiel, wie die kleine Zeitung betitelt hat, Alpenverein. Also Zitat, Alpenverein, da ist ganz sicher von Fahrlässigkeit auszugehen. Zitat Ende. Auch hier, man schreibt nicht drüber, fehlende Tourenplanung hat zu einem massiven Problem in der Schule, bei einem Schulausflug geführt. Nein, man muss hier gleich schon mal die Keule auspacken. Und ich finde, wir sollten das mit der Keule jetzt mal kurz lassen und uns mit der Frage beschäftigen, was muss man denn eigentlich machen, damit man in so einer Situation nicht kommt. Also, auch an dieser Stelle, an alle Lehrer da draußen und ich weiß, es hört auch der ein oder andere Lehrer tatsächlich zu, das weiß ich aus Zuschriften. Liebe Lehrer da draußen, ihr müsst mit Schülern das machen, wofür sie selbst mental, das war hier nämlich auch ein großer Punkt in diesem Beispiel, aber auch physisch bereit sind, wofür sie in Anbetracht ihres Könnens bereit sind, nur das und wirklich nur das ist akzeptabel. Dann, nächster Punkt, Wetter. Wetter ist mit Leuten, die nicht so vorbereitet sind auf eine Tour oder die sich nicht so begeistern können für diese Thematik, dass sie schon sehr viel Erfahrung gesammelt hätten, Schüler beispielsweise, ist das Wetter viel, viel ausschlaggebender als irgendwas anderes. Wenn das Wetter scheiße ist oder wenn die Bedingungen durch das Wetter scheiße sind, kann man eine Tour nicht mehr vernünftig einschätzen. Das passiert beispielsweise auch wenn man die Tour bereits schon tausendmal gemacht hat. Wenn ich hundertmal bei Schönwetter auf den Berg XY laufe und dann kommt mal schlechtes Wetter und ich möchte jetzt eine Gruppe Neulinge mitnehmen, dann kann das eine Katastrophe werden, weil auch ich die Bedingungen bei Schlechtwetter eigentlich fast nicht einschätzen kann. Obwohl ich ja viel Erfahrung schon auf dem Berg XY habe. Das bedeutet, selbst als jemand, der schon viel Erfahrung gesammelt hat, ist das sehr, sehr schwierig und als jemand, der laienhaft, sage ich jetzt mal, oder ganz gelegentlich wandern geht, für den ist das ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Deshalb solltet ihr euch das nicht zumuten, das Risiko einzugehen. Das ist ein Riesenrisiko. Nächster Punkt. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr auf eine Bergtour geht, dann kennt ihr sie, wenn ihr sie dann mit Schülern geht, bereits in- und auswendig. Es geht dabei nicht um einmal gehen, es geht dabei darum, dass man diese Tour auswendig kennt. Man weiß, an welchen Stellen was passieren kann. Man weiß, an welchen Stellen man das Tempo drosseln muss. Man weiß, an welchen Stellen man die Gruppe ein bisschen, ja, vielleicht auch die Gruppenmoral wieder ein bisschen hochziehen sollte, damit die Gruppe vielleicht weiterkommt, schneller geht und so weiter, damit man vielleicht nicht irgendwie zu spät an einem Punkt XY auskommt. Das sind Dinge, die kann man aber nur wissen, ausschließlich nur dann wissen, wenn man diese Tour mindestens schon zwei-, dreimal gemacht hat. Und das ist nicht 25 Jahre her, sondern das ist höchstens ein paar Wochen her. Denn ja, auch Berge, auch Bergwege, auch Bedingungen, all das kann sich über die Zeit verändern. Und man muss die Bedingungen kennen, unter denen man dann auch die Schüler mitnimmt. Ich bin kein, also ich möchte das hier jetzt ganz, ganz klar betonen, ich bin hier kein Pädagoge oder sonst was. Aber ich bin ein Mensch mit sehr, sehr viel Erfahrung, mit anderen Menschen, auch vor allen Dingen mit Einsteigern, in den Bergen. Und da habe ich selber für mich viele Erfahrungen gesammelt, die genauso auf eine Gruppe von Schülern zutreffen, die ja ebenfalls keine Erfahrung in den Bergen haben oder nur wenig Erfahrung in den Bergen oder beim Wandern haben. Was dann passierte, als die Gruppe, ähm, ja, als die Gruppe in Probleme stieß, das ist jetzt auch nochmal sehr spannend, die Teilgruppe, also hier kommt jetzt nochmal ein Zitat, als eine Teilgruppe sich aufgrund der schwierigen Verhältnisse zur Umkehr entschied, rutschten zwei Schüler ab und zogen sich leichte Verletzungen zu. Daraufhin gerieten einzelne Kinder in Panik, weswegen eine Lehrperson einen Notruf absetzte. Hier müssen wir jetzt, das ist jetzt der Aufhänger dafür, auch über Masse sprechen. Menschen sind zwar, ja, ich sage jetzt mal, Gesellschaftstiere, wir alle mögen Gesellschaft oder die meisten von uns mögen die richtige Gesellschaft, aber in der Masse können Menschen auch nicht gerade ungefährlich sein. Ich will jetzt nicht sagen gefährlich, um Gottes Willen, aber nicht gerade ungefährlich. Massen können Panik auslösen und bei Kindern in einer ungewohnten Situation ist Panik natürlich noch viel wahrscheinlicher und die Messlatte ist noch viel niedriger. Und wenn man dann Panik hat in einer Situation, in der viele Kinder schon nicht mehr richtig Bescheid wussten, wie kann es weitergehen oder schaffe ich das noch, traue ich mir das noch zu, etc. Wenn dann die Panik ausbricht, dann hat man das absolute Worst-Case-Szenario gezüchtet. Und hier muss ich jetzt auch nochmal an die Lehrer appellieren. Ihr müsst irgendetwas falsch gemacht haben in dieser Situation, in der Kommunikation mit euren Schülern. Und das ist übrigens auch die Schuld der Masse, der Menge. 99 Schüler hat man nicht im Blick, auch nicht mit 8 Lehrern übrigens. Nicht, weil 8 Lehrer zu wenig für 99 Schüler sind, aber weil 8 Lehrer für 99 Schüler in einem Berg-Setting viel zu wenig ist. Wenn man im Gänsemarsch läuft, dann hat jeder Lehrer dementsprechend 11 Schüler vor sich stehen. Minimum. Und das ist eben keine gute Grundvoraussetzung, denn wer weiß denn, wie es dem in der Mitte gerade geht. Wie weiß denn irgendein Lehrer, ob es dem in der Mitte wirklich noch gut geht, ob es dem fünften vom zweiten Grüppchen eigentlich wirklich noch gut geht. Und wenn man sich die Bilder ansieht, die von der Landespolizeidirektion Vorarlberg veröffentlicht wurden, wenn man sich diese Bilder ansieht, dann sieht man, dass hier Chaos herrschte. Und es muss natürlich auch Chaos herrschen, denn die Kinder können sich nicht bewegen, sie sind auf einem schmalen Grat und dann bekommen sie Panik. Sie können aber nichts tun, sie haben keinen eigenen Raum, sie können sich nicht mal irgendwo zurückziehen und sie haben keine Ansprechpersonen, denn die Lehrer können sich ja fast nicht vom Fleck bewegen, weil sie ebenfalls auf diesem exponierten Grashang stehen, auf diesem Grasgrat stehen. Das bedeutet, die Panik kann auch nicht mal abgefedert werden, aber das sind alle Signale, die man vorher schon sehen kann. Das sind Dinge, die sieht man, bevor man auf diesem Grashang steht, sieht man, dass der Grashang schmal wird und dass es zu einem Grat ausartet und dann muss die Awareness, dann muss das Bewusstsein dafür einsetzen, dass wenn hier auf diesem Teil, auf diesem Teil dieser Tour etwas schief geht, dass es dann kritisch wird. Man sollte nicht pauschal davon ausgehen, dass immer alles glatt läuft. Man sollte sich in jeder Situation auch bewusst sein, dass ein Worst-Case-Szenario gelöst werden muss. Irgendwie, egal wie. Ich kann nicht mit jemandem, das müssen gar nicht 99 Schüler sein, es reicht ja, wenn es ein Bergpartner, übrigens für alle Lehrer, es sind 98 weniger, als ihr Schüler dabei hattet. Wenn nur ein einziger Bergpartner mit mir unterwegs ist und dem geht es jetzt auf einem ausgesetzten, exponierten Grad, gerade richtig schlecht, der kriegt Kreislaufprobleme, dem wird schwindelig, dem wird übel und so weiter, dann muss ich auch in dieser Situation eine Lösung parat haben. Das ist übrigens keine Nachricht an die Lehrer, das ist eine Nachricht an alle. Ihr müsst in der Tourenplanung in jeder Situation eine Idee für eine Lösung eines Problems haben. Nicht nur einen leichten Weg sehen oder einen schweren Weg sehen und sagen, wenn alles gut geht, dann kommen wir über diesen Weg da hoch. Ja, aber was ist denn, wenn nicht alles gut geht? Das sollte man sich definitiv fragen, das ist ein Appell an alle. Ihr könnt nicht immer vom Best-Case-Szenario ausgehen, natürlich ist das zu 99% der Fall, 99% meiner Touren laufen vollkommen ohne irgendwelche Hoppalas oder ohne irgendwelche Zwischenfälle, aber für dieses eine Prozent der Fälle lohnt es sich zu 100% aller Touren darüber nachzudenken, wie ich in welcher Situation eigentlich konkret wieder aus der Situation gut rauskomme und wenn ich 99 Schüler dabei habe, dann komme ich aus so einer Situation ja gar nicht mehr raus. Die einzig logische Konsequenz wäre demnach, diese Situation erst gar nicht einzugehen, in diese Situation erst gar nicht zu geraten, ergo nicht über den Heuberg gerade zu gehen. Das ist die einzig logische Konsequenz und das ist eine Konsequenz, die man ziehen kann, spätestens, sobald der erste Lehrer, der ganz vorne vorangeht, oben auf dem Grat, auf einer Kuppe angekommen ist und sieht, wie es weitergeht. Das ist, das ist das absolute Minimum, was man von Menschen verlangen kann und was man von Menschen verlangen darf. Ja, wir brauchen nicht auf die Lehrer zu treten, die, wie gesagt, die wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Wir sprechen jetzt hier von einem allgemeinen Problem. Dieses allgemeine Problem heißt, wir nehmen uns Wege vor und gehen immer von der Prämisse aus, dass alles immer gut geht. Aber was, wenn nicht, sind wir dann im Arsch, müssen wir dann die Bergrettung rufen, kommen wir selber aus der Situation wieder raus. Aber in diesem Fall, wenn man das retrospektiv analysieren würde, bevor die Gruppe überhaupt losging, können wir, und sich diese Frage stellt, können wir bei 107 Personen eigentlich aus einer minimalsten Problemsituation selbstständig wieder rauskommen? Das ist doch absolut absurd. Bei 107 Personen ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass wenn diese Jugendlichen untrainiert sind, dass vielleicht ein Mädel oder ein Bursch einfach einen Kreislaufzusammenbruch kriegt, weil es ihm zu anstrengend ist oder ihr zu anstrengend ist und dem wird schwindlig. Würden dann die 98 Schüler alle definitiv korrekt reagieren? Das ist doch absurd anzunehmen, dass 12- bis 14-Jährige, wenn es einem Mitschüler gerade absolut grottig geht, alle perfekt einwandfrei reagieren in einer Situation, in der es eng ist, in der sie sich bedrängt fühlen und vor allen Dingen, in der sie sich allesamt unwohl gefühlt haben. Ich will das jetzt hier nicht breittreten, dieses Beispiel, aber es ist exemplarisch für ein allgemeines Tourenplanungsproblem. Ein Teil der Tourenplanung muss es sein, sich zu fragen, was wir eigentlich unternehmen, wenn irgendetwas schief läuft und in diesem Fall hätte man nie, egal was schief gelaufen wäre, egal an welchem Punkt, man hätte nie irgendwie reagieren können, weil es sind viel zu viele Menschen und selbst wenn das 99 Erwachsene gewesen wären, das wäre eine Situation gewesen, die unmöglich zu kontrollieren gewesen wäre. Das darf man hier nicht schönreden. 99 Schüler sind eine beschissene Idee und das werfe ich nicht den, also was heißt das werfe ich nicht den Lehrern vor, das ist egal in welchem Setting, eine dumme Idee mit so vielen Menschen überhaupt eine Wanderung anzutreten. Man muss diese Menschen ja auch alle irgendwo im Blick behalten. Wir übernehmen ja eine Verantwortung. Das ist egal, ob man ein Bergführer ist oder ein Wanderführer ist oder einfach nur ein Lehrer, der vielleicht nicht Bergerfahren ist. Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen, die wir mitnehmen. Wir nehmen sie ja mit, das sind ja keine vollkommen selbstständig agierenden Menschen in diesem Fall, sie verlassen sich ja auch auf einen. Sie verlassen sich ja auch auf einen. Wenn ich mit einem Kollegen in die Berge gehe und sage, ich habe uns hier eine Tour rausgesucht, dann verlässt sich dieser Mensch ja darauf, dass ich weiß, wovon ich rede und dass ich mir das angesehen habe und dass ich weiß, worum es geht. Und dann können wir uns immer noch zusammen ausmachen, hey, was machen wir eigentlich, wenn irgendwas schief geht. Aber auch das fand hier scheinbar nicht statt. Wir müssen einfach Verantwortung übernehmen und das vor einer Tour. Jetzt an dieser Stelle müssen wir nicht mehr darüber streiten, wer ist jetzt schuld und so weiter, wer muss jetzt dafür bezahlen. Das ist ja die wichtigste Frage irgendwie gerade in den letzten Wochen, wer muss dafür bezahlen. Das ist alles, ja, das sind alles juristisch spannende Fragen, also spannend, einschläfern spannend eben, aber in Wirklichkeit müssen wir uns eher die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich langfristig mit solchen Problemen um als eine Bergsteigergesellschaft, die sich immer wieder in solche Situationen manövriert. Natürlich, das hier ist ein absurdes Beispiel und es kommt hoffentlich nicht nächste Woche gleich wieder vor und es kommt Gott sei Dank nur relativ selten vor, dass so etwas passiert. Wie gesagt, auch die Bergrettung hat laut Berichten große Augen gemacht. Aber es passiert halt immer wieder. Es passiert halt meistens im kleinen Rahmen, aber das macht es ja nicht wirklich besser. Die meisten Touren, die wirklich schief gehen und dann muss man eben abbrechen oder die Bergrettung rufen oder es kommt zur Bergnot, die gehen ja oftmals deshalb so aus, weil sie, weil halt irgendetwas schief geht und daraus keine produktive, kein produktives Resultat entstand. Es kam einfach keine, keine Idee, keine Planung hervor, was passiert eigentlich, was machen wir eigentlich, wenn irgendetwas schief geht. Oder wenn irgendetwas nicht so läuft wie geplant, wenn der Grad plötzlich doch exponierter ist, als man glaubt. Und bei 107 Personen kann mir niemand erzählen, dass irgendjemand im Blick hatte, was die anderen 160 gerade gedacht haben. Und schon gar nicht bei Schülern. Ich klinge jetzt hier in diesem Punkt natürlich die letzten 30 Minuten aufgeregt und es regt mich aber nicht auf, dass das jetzt hier passiert ist. Ich bin froh, dass es allen gut geht und ich bin froh, dass alle heil vom Berg gekommen sind und wer das zahlt, ganz ehrlich, das interessiert mich an den Scheißdreck. Es aufgeregt bin ich deshalb, nicht weil es Schüler, Lehrer oder gar weil es Deutsche sind oder so, das ist alles vollkommen egal, nicht nur nebensächlich, ist es vollkommen egal. Aufregend ist es für mich deshalb, weil es so exemplarisch ist für ein Problem, das wir in den letzten Jahren doch immer wieder haben. Wir haben das Internet und die Menschen wissen nicht so ganz, wie sie mit den Infos aus dem Internet umgehen sollen. Es fehlt hier definitiv an digitaler Kompetenz, vor allen Dingen, was die Berge betrifft, fehlt es an digitaler Kompetenz. Das wäre so, so wichtig, dass es hier, dass hier sich die Menschen mehr damit beschäftigen und das ist ärgerlich, das regt mich einfach auf, denn es ist eine Fehlerquelle, aber gleichzeitig ist das Internet eine der wertvollsten Bergtour- Quellen, die wir heute überhaupt haben. Und natürlich kann man jetzt, sie es sich ganz einfach machen und sagen, ja der Andy 84, der ist schuld, weil der hätte ja das nicht so harmlos schreiben sollen. Aber das stimmt so insofern einfach nicht wirklich. Wir als Informationsquellen, ich bin eine Informationsquelle, der Andy 84 ist eine Informationsquelle, wir als Informationsquellen stellen unsere eigene Sichtweise dar und wir stellen nirgends eine Garantie dafür aus, dass das zu jeder Zeit, an jedem Tag im Jahr immer so ausschaut und dass es jeder so verstehen wird und jeder so erleben wird, wie man es selbst sich gezeigt hat. Und man kann sich dabei mehr Mühe geben und man kann sich dabei weniger Mühe geben, dass diese Dinge real dargestellt werden in einem Bericht. Aber niemand ist dazu verpflichtet, es objektiv und exakt zu machen. Das hier sind keine Gutachten, die geschrieben werden, das sind Tourenberichte. Berichte, die aber auf einer subjektiven und man muss davon ausgehen, auch auf einer Laienbasis geschrieben werden. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Tourenbericht im Internet von einem Profi geschrieben wurde. Das wäre absurd. Und deswegen sollten wir uns eigentlich nicht mit diesem Einzelfall beschäftigen. Ich finde, dieser Einzelfall ist ein gutes Exempel, dieser Einzelfall ist ein guter Aufhänger, das wieder in den Mittelpunkt einer Debatte zu bringen. Aber dieser Aufhänger ist letztlich nur ein Aufhänger. Wir sollten uns nicht zu viel mit diesem einen Fall beschäftigen, der wirklich wahnsinnig außergewöhnlich ist und wahnsinnig absurd. Wir sollten uns mit dem Kernproblem dahinter beschäftigen. Deshalb plant eure Touren vernünftig. Plant euch, was ihr eigentlich tut, wenn irgendetwas schief geht. Plant bitte einfach, was ihr macht, wenn ihr einzelne Risikofaktoren dabei habt. Wenn ein Risikofaktor wie Nässe auftaucht, wenn ein Risikofaktor wie Tau am nassen Gras im exponierten Gelände auftaucht, wenn ein Risikofaktor auftaucht wie Kinder. Kinder sind Risikofaktoren. Nicht als Ganzes vielleicht, aber am Berg definitiv. Man muss das berücksichtigen. Punkt. Es ist einfach so. Und damit wird die Tourenplanung lang und zäh und aufwendig und ein Lehrer bekommt das vielleicht nicht bezahlt, dass er da ewig dann dran sitzt und sich was überlegt. Aber es ist halt nun mal notwendig, denn sonst kommt unterm Strich eben sowas raus. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bleibt sicher unterwegs. Bergheil. Oder ist es? Eramp Sarah.